Sie sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu den Next Gen Padawan News. Wer ist noch alles mit dabei im Wettbewerb? Es ist Dali Gaming, es ist der Porno Club, der Caps Locker und Alf Puschen. Ihr habt selbst gemerkt, Commander Krieger hat, was NGP angeht, eine kleine Pause eingelegt. Es sind noch keine neuen Gruppen und noch keine neuen Aufgaben raus. Dafür aber ein neues Format. Genial daneben. Ganz ähnlich wie bei den Black Stories ist Commander Krieger auch hier wieder der Spielleiter und die anderen müssen eine Aufgabe lösen. Zum Beispiel herausfinden, was ein Sekundärspritzer ist. Wir alle kennen ja Erwachsenenfilmchen und beim Erwachsenenfilmchen gibt es ja immer so ein kleines Happy End, sage ich mal. Und falls der Hauptdarsteller nicht genug Kraft hat, sage ich jetzt mal, gibt es den Sekundärspritzer dafür. Also der dann quasi einspringt und quasi die Alte besudelt. Schaut euch das genial daneben Video bei Commander Krieger auf dem Kanal an. Ich finde, unsere Padawanis haben sich ganz gut geschlagen für die erste Folge. Eine zweite ist noch in der Pipeline und eine dritte wird ebenfalls noch angedacht. Wann wir Folge 2, 3 und eventuell vielleicht sogar 4 zu sehen bekommen, ist leider noch unklar. Und das war es auch schon wieder mit der Next-Chem Padawan News. So kurz wie möglich, so wie ihr es gewohnt seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das sieht voll strange aus.